Franz von Assisi war der Begründer des Ordens der minderen Brüder. Er wird in der römisch-katholischen Kirche als Heiliger verehrt. Der HL. Franziskus lebte nach dem Vorbild Jesu Christi, wie er selbst sagte, das Evangelium sine glosa. Diese Lebensweise zog gleichgesinnte Gefährten an, was zur Gründung der minderen Brüder führte, deren Orden rasch wuchs. Franziskus war auch Mitbegründer der Klarissen. Trotz großer Widerstände während der ersten Jahre seines Wirkens wurde er von der katholischen Kirche schon zwei Jahre nach seinem Tode heilig gesprochen. Sein Gedenktag ist in der römisch-katholischen, der altkatholischen, der anglikanischen und einigen evangelischen Kirchen am 4. Oktober in der evangelischen Kirche in Deutschland der 3. Oktober. Leben. Jugend Franz von Assisi wurde 1181 oder 1182 in der umbrischen Stadt Assisi am Fuß des Montesubasio geboren. Seine Eltern waren der wohlhabende Tuchhändler Pietro Bernadone und dessen Frau Picker. Eigentlich auf den Namen Giovanni getauft. Gab ihm sein Vater, der sich zum Zeitpunkt der Geburt auf einer Handelsreise in Frankreich befunden hatte, nach seiner Rückkehr den Rufnamen. Francesco. Während in der Sekundärliteratur sehr oft behauptet wird, die Mutter des HL. Franziskus sei Französin aus dem niederen Adel gewesen und der Vater habe sie auf seinen Handelsreisen kennengelernt. Widerspricht der Historiker Isnard Frank solchen Herkunftsangaben. Die Vermittlung des Französischen durch die angeblich aus Frankreich stammende Mutter ist auszuschließen. Ihr Name hat nichts mit der Pekadi zu tun, wie früher gelegentlich angenommen wurde. Sie stammte aus einer ortsansässigen Assisischen Familie. Er führt für diese Feststellung jedoch keine Quellenangaben an und begründet sie nicht. Franziskus genoss eine für einen bürgerlichen vergleichsweise hohe Bildung, offenbar weil sein Vater wünschte, dass er als Kaufmann lesen, schreiben und rechnen beherrschen müsse. Daher schickte er seinen Sohn in die Schule der Pfarrerei San Giorgio, die vom Kapitel zu San Rufino unterhalten wurde. Dort lernte Franz zumindest lesen, schreiben und etwas Latein. In seiner Jugend führte Franz ein ausschweifendes Leben. Mit dem Geld seines Vaters hielt er seine Altersgenossen bei Festen frei und war solchermaßen oft der Mittelpunkt der Jugendlichen feiern. Im November 1202 zog Franziskus mit Assisi in einen Krieg gegen die Nachbarstadt Perugia, wobei Assisi unterlag. Assisi gehörte zum Machtbereich der Staufer und Perugia zudem der Welfen. Wie andere Kämpfer aus Assisi wurde er daraufhin in Perugia eingekäckert und kam erst Anfang 1204 nach mehr als einem Jahr gegen eine Lösegeldzahlung. Seines Vaters wieder frei, sein Jugendtraum Ritter zu werden und sein unbekümmertes Leben waren durch das Erleben des Krieges in Frage gestellt worden. Als er frei kam, war er krank und innerlich zutiefst erschüttert. Als Walter III. von Brienne, ein Lehnsmann des Papstes, 1204 oder 1205 einen Kriegszug nach Apollon in Süditalien vorbereitete. Um dort für den Papst die Herrschaft gegen die Staufer wieder zu gewinnen, machte Franziskus sich mit Pferd und Rüstung auf den Weg nach Apollon. Um sich dem Papst treuen Ritter anzuschließen, kehrte aber noch auf dem Weg dorthin um. Die Legenden erklärten seine Umkehr damit, dass Franziskus von Gott im Traum aufgerufen worden sei. Sich statt in den Dienst eines weltlichen Ritters in den Dienst Gottes zu stellen, so träumte er laut der zweiten Franziskus Biografie des Thomas von Schelano, dass er wie folgt angesprochen worden sei. Wer kann dir Besseres geben? Franz antwortet. Darauf die Stimme. Franz, der Herr, kehre zurück in deine Heimat. Denn ich will dein Gesicht in geistlicher Weise erfüllen. Franziskus zog sich in der folgenden Zeit zunehmend aus seinem Freundeskreis zurück und suchte die Einsamkeit. 1205 oder 1206 unternahm er eine Wallfahrt nach Rom, auf der er der Legende nach mit einem Bettler die Kleidung tauschte, um das Leben in vollkommener Armut auszuprobieren. Sein Verhalten brachte ihn in Konflikt mit seinem Vater, der mit seinem ältesten Sohn große Pläne hatte und es nicht duldete. Das Erwaren aus seinem Geschäft als Almosen verschenkte. Berufung. Beim Gebet in San Damiano etwa im Jahr 1205 sprach der Überlieferung zufolge Christi Stimme vom Kreuz von San Damiano zu Franziskus. Später habe er in gleicher Weise San Pietro della Spina renoviert, eine heute nicht mehr vorhandene Kirche. Sowie die etwa drei Kilometer von Assisi entfernte Kapelle Santa Maria degli Angeli, die unter dem Namen Pozzi Uncula bekannt ist. Für wohltätige Zwecke und für seine baulichen Wiederherstellungsarbeiten an San Damiano nahm Franz Waren und Geld aus dem Geschäft seiner Eltern. Dies führte zu Streit mit seinem Vater, der schließlich vor dem Richterstuhl des örtlichen Bischofs Guido II. Einen Prozess gegen seinen Sohn führte. In dieser Gerichtsverhandlung, die im Frühjahr 1207 öffentlich auf dem Domplatz stattfand, entkleidete sich Franziskus vollständig. Verzichtete mit dieser Geste auf sein Erbe und sagte sich von seinem Vater los. Seine überlieferte Aussage. Bis heute habe ich dich meinen Vater genannt auf dieser Erde, von nun an will ich sagen. Vater, der du bist im Himmel. Danach begann Franziskus außerhalb der Stadtmauern als Einsiedler zu leben. Er ging um Essen bettelnd von Haus zu Haus. Seine freiwillige Armut bezeichnete er in Anspielung auf Vorstellungen des Rittertums und des Minnesangs als seine Herren. Franziskus hielt sich zum Gebet häufig in den kleinen Kapellen im Umkreis Assisis auf, vor allem in Pozzi und Kula. Er pflegte nach eigenen Angaben die Aussätzigen, die außerhalb der Stadtmauern leben mussten, was auch bei seinen Biografen vermerkt ist. In seinem Testament schrieb er. So hat der Herr mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, das Leben der Buße zu beginnen. Denn als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter vor, Aussätzige zu sehen. Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes verwandelt. In den Biografien und Legenden wird diese Begebenheit hagiografisch überhöht. Als Franziskus 1208 am 24. Februar, dem Gedenktag des Apostels Matthias in der kleinen Kirche von Pozzi und Kula die Messe hörte, wurde er auf jene Stelle des Evangeliums nach Matthäus aufmerksam, die von der Aussendung der Jünger erzählt. Geht aber und predigt umsonst, habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. MT 10,8-10 EU Franziskus Zufolge schlossen sich als erste Bernardo die Quinterwalle, ein reicher Adeliger aus Assisi und Pietro Ketteni, ein Rechtsgelehrter, Franziskus an. Die drei Gefährten Legende berichtet, diese drei, Bernardo, Pietro und Francesco, hätten die Bibel durch dreimaliges Aufschlagen nach dem Auftrag befragt, den Gott für sie habe. Ihr Lebensprogramm seien die drei so gefundenen Jesus-Worte gewesen. Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen, so wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Nimm nichts mit auf den Weg. Keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld und kein zweites Hemd. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Franziskus hatte nach eigenen Angaben nicht vor, einen Orden zu gründen. Er schreibt in seinem Testament. Und nachdem mir der Herr Brüder gegeben hat, zeigte mir niemand, was ich zu tun hätte, sondern der Höchste selbst hat mir Jorfenbart, dass ich nach der Vorschrift des Heiligen Evangeliums leben sollte. Die Brüder waren den Biografien zufolge zunächst in einer Hütte in Rivotorto, wenige Kilometer von Assisi entfernt, unten in der Ebene, untergekommen, wo sie aber nicht lange bleiben konnten. Die Quellen geben unterschiedliche Gründe an, nämlich entweder Platzmangel oder den Eigenbedarf des Besitzers. Im Jahr 1208 übergab der Abt der Benediktinerabteil am Monte Subasio den Brüdern das Kirchlein Porzi Uncula. Thomas von Celano überliefert, Franziskus habe jedoch keinen Grundbesitz haben wollen und darauf bestanden, dass die Brüder eine Art Miete in Form von Fischen an die Benediktiner zahlten. Auf dem Gelände um die Kirche lebten die Brüder in einfachen Hütten ausreisig. Im Jahr 1209 ging Franz mit seinen ersten zwölf Gefährten, die Zahl hat er selbst oder sein Biograf wohl bewusst gewählt, um auf die zwölf Apostel anzuspielen, nach Rom, um von Papst Innozenz III. die Bestätigung der Lebensweise ihrer kleinen Gemeinschaft zu erbitten. Diese war in der Zeit der Ketzerkriege nicht leicht zu erreichen, weil die Gründung von neuen Bewegungen in der Kurie mit äußerster Skepsis betrachtet wurde. Die erste Fassung der damals in Rom vorgelegten franziskanischen Regel ist verloren gegangen. Sie stellte vermutlich einen knappen und einfachen, aus Evangelienzitaten zusammengesetzten Leitfaden für ein Leben in Armut dar. Aus heutiger Sicht vertrat Franz sein Anliegen geschickt, indem er die Brüder als Buß- bzw. Wanderprediger bezeichnete. Die Büßer und Wanderprediger wurden von der Kirche als Stand anerkannt. Wohin gingen sie die übrigen Gruppierungen der im Hochmittelalter an verschiedenen Orten aufkommenden Armutsbewegung. Beispielsweise der Katara, Albigenser, Waldenser, Jumi-Iaten oder Brüder und Schwestern des Freien Geistes. Zumindest später als er ethisch bekämpfte und insbesondere die Katara mit Waffengewalt auslöschen ließ. Der kleinen Gemeinschaft um Franz gab der Papst im Sommer oder Herbst 1210 zumindest die mündliche und vermutlich probeweise erteilte Erlaubnis, nach ihrer Regel in Armut zu leben und Buße zu predigen. Hierzu trug bei, dass Franz Fürsprecher an der Kurie, also in den päpstlichen Behörden, fand besonders Kardinal Ugolino von Ostia. Die drei Gefährten Legende erwähnt, Franz und seine Gefährten hätten in Rom den ihnen wohlgesinnten Bischof von Assisi getroffen, der über den ihm bekannten Kardinal von Sabina eine wohlwollende Aufnahme beim Papst anbannte. Allerdings habe auch der Kardinal von Sabina Franz und seine Gefährten nicht ohne Vorbehalte empfangen, sondern ihre Angelegenheit dem Papst erst nach mehrtägigen Befragungen des Ordensgründers empfohlen. Er habe Franz gewarnt, dass seine Ordensregel zu Schwierigkeiten führen werde und ihn gedrängt, sich lieber einem der bestehenden Orden anzuschließen. Öffentlich verkündet wurde die päpstliche Anerkennung des Ordens vermutlich erst vor oder während des IV. Ob die Anerkennung schriftlich oder weiterhin mündlich erfolgte, ist nicht bekannt. Im Jahr 1219 während des Kreuzzugs von Damiette reiste Franziskus als Missionar bis Palästina und schloss sich dort dem Kreuzfahrerherr an, das auf dem Weg nach Ägypten war. In der Nähe von Damiette an der Nilmündung predigte er im Lager des muslimischen Heeres vor dem Sultan Al-Kamil. Diese Begebenheit ist auch in außerfranziskanischen Fällen belegt, beispielsweise bei dem Kreuzzugskronisten Oliver von Paderborn. Bei dieser Begebenheit verfolgte er drei Ziele. Erstens wollte er den Sultan zum Christentum bekehren, zweitens, wenn nötig, als Märtyrer sterben und drittens Frieden schaffen. Der Sultan schenkte Franziskus zwar ein Signalhorn und war sehr beeindruckt von der Begegnung mit dem Bettelmönch. Doch Franziskus konnte die bevorstehende Schlacht nicht verhindern und der Kreuzzug insgesamt wurde fortgeführt. Seit dieser Reise verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zunehmend, vermutlich durch eine Augeninfektion, die er sich im Orient zugezogen hatte. Zudem gab es Probleme innerhalb des rasch wachsenden Ordens. Während Franziskus nicht in Italien war, stiegen die Spannungen in der franziskanischen Gemeinschaft, die bereits in ganz Europa vertreten war. Nach Assisi zurückgekehrt, übertrug Franz 1220 die Leitung des Ordens Petrus-Catani. Etwa gleichzeitig diktierte Papst Honorius III. Der Bruderschaft eine klare hierarchische, dem Geist des Ordensgründers aber kaum gerecht werdende Ämterverfassung und setzte überdies den Kardinal von Ostia Ugolino di Segni, den späteren Papst Gregor IX., als Kardinalprotektor und Korrektor des Ordens ein. Das Verhältnis zwischen Protektor und Ordensgründer beschreibt Thomas von Schelano, der erste Franziskus-Biograf, vielsagend. Der heilige Franziskus hing an dem Kardinal, Punkt, wie das einzige Kind an seiner Mutter. Sorglos schlief und ruhte er an seinem liebenden Busen. Gewiss nahm der Kardinal die Stelle des Hirten ein und erfüllte dessen Aufgaben. Den Namen des Hirten aber überließ er dem heiligen Mann. Über die Gründe und Motive für diese Maßnahmen und den Amtsverzicht des Franziskus kann nur spekuliert werden. Vermutlich befürworteten nicht alle, welche sich der franziskanischen Bewegung angeschlossen hatten, die strenge Forderung Frenzens. Die minderen Brüder müssten besitzlos leben. Außerdem wollten manche der Franziskaner, dass sich ihr Leben nicht allein nach dem Evangelium richte, sondern zusätzlich festen Ordensregeln folgen solle. Auch die 1221 entstandene, stark spirituell ausgerichtete, sogenannte nicht-polierte Regel wurde von vielen Brüdern für unpraktikabel gehalten. Offensichtlich misslang es Franz, die Mehrheit seiner Nachfolger auf dem von ihm gewünschten strengen und grundsatztreuen Kurs zu halten. Mit der Abgabe der Ordensleitung zog sich Franziskus nach Lage der Quellen innerlich aus der Gemeinschaft zurück, worunter er sehr litt. Er verfasste schließlich auf Anweisung der römischen Kurie 1223 in der Einsiedelei Fonte Colombo widerwillig eine dritte, die letzte Version der franziskanischen Ordensregel. Diese Regel wurde auf dem Pfingstkapitel, so hieß die Ordensversammlung, im Juni 1223 diskutiert und der auf Innozenz III. folgende Papst Honorius III. genehmigte mit Sulla Anjure die bullierte Regel am 29. November desselben Jahres, als sich Franziskus im Spätsommer des Jahres 1224 auf den Berg Laverna zurückzog, wo er seit 1212 eine kleine Felsnische als Einsiedelei benutzte. Wurden bei ihm nach Aussage der Biografen Wundmale sichtbar, die die ältesten Quellen als Einprägung der Wundmale Christi deuten. Dies gilt als der erste überlieferte Fall einer Stigmatisation. Als Tag dieses Ereignisses wird in den Biografien der 17. September 1224 angegeben, drei Tage nach dem Fest der Kreuzerhöhung. Einzelne moderne Autoren halten diese Entstehungsgeschichte jedoch für eine erfundene Legende. Tod und unmittelbare Nachwirkung seit seinem Orientaufenthalt war Franziskus durch eine Augenkrankheit nach und nach erblindet. Außerdem vermutlich durch sein Fasten, magenkrank und stark geschwächt. Im Herbst 1226 lud der Bischof von Assisi ihn in seinen Palast ein. Zwei Tage vor seinem Tod ließ Franziskus sich jedoch eilends aus der Stadt heraus zur Proziuncula-Kirche tragen. Seine Beweggründe werden von Celano so interpretiert, dass er an seinem bevorzugten Ort sterben wollte, wo die Bewegung der Brüder ihren Anfang genommen hatte. Wahrscheinlich wünschte er auch dort begraben zu werden. Celano überliefert, die Bürger von Assisi hätten seinen Leichnam jedoch unmittelbar nach seinem Tod nach Assisi hineintragen lassen. Da sie befürchteten, dass sich die Bürger des benachbarten und verfeindeten Perugia seines Leichnams bemächtigen würden. Weil Franziskus schon zu Lebzeiten als Heiliger galt. Erwartete der Magistrat der Stadt Assisi aus seiner öffentlichen Verehrung auch politisches Renommee für die Stadt und wirtschaftlichen Nutzen. Zum Beispiel durch Pilgerreisen. Die Überlieferung berichtet der HL. Franziskus habe sich gewünscht, nackt auf die Erde gelegt zu werden, um seine Treue zur Herrenarmut zu verdeutlichen. Er sei danach mit einem von einem Bruder geliehenen Gewand bekleidet worden. Auf seinen Wunsch hin sei der von ihm gedichtete Sonnengesang gesungen worden. Dann habe er sich das Evangelium von Jesu Leiden und Sterben vorlesen lassen. Bei seinem Tod schließlich sollen der Legende nach Lerchen zu einer für sie ungewöhnlichen Tageszeit aufgeflogen sein. Im Testament, das er hinterlassen hat, bekräftigt Franziskus noch einmal, was der Inhalt seines Lebensentwurfs war. Seinen Gehorsam gegenüber der Kirche, dass er aber auch ohne jeden Mittler allein durch eine unmittelbare Offenbarung Gottes dazu gekommen sei. Gemäß dem Evangelium zu leben. Und dass sein absoluter Verzicht auf jede Form von materiellem und geistigem Besitz verbindlich sei und von niemandem gemindert werden dürfe. Dieses Testament, so sein Wille, solle ohne jede Veränderung oder Interpretation neben der Ordensregel bei allen zukünftigen Ordensversammlungen bis ans Ende verlesen werden. Heilig Sprechung Zwei Jahre später die päpstliche Bulle Quo Elongazi folgte, in der Gregor X, der einstige Protektor des Lebenswerkes des Franziskus, dem Testament des Heiligen die Rechtsverbindlichkeit für den Orden abspricht. Dem entsprach die Beisetzung. Franziskus wurde nicht in der Santa Maria degli Angeli in Porziuncula bestattet. Vielmehr ruhen seine Gebeine seit 1230 in einem Steinsarg in der Grabkammer der Unterkirche der Basilica San Francesco in Assisi. Werk Franziskus hat viele eigene Werke hinterlassen. Obwohl er sich selbst als Idioter bezeichnete, dieser Bescheidenheitstopos war im Mittelalter allgemein üblich. Franziskus verfasste seine Texte auf Altitalienisch oder in ungelenkem Latein, das er von einem Schreiber korrigieren ließ. Er hinterließ zahlreiche Gebete und Gesänge, unter anderem den berühmten Sonnengesang. Es sind hauptsächlich Loblieder und Anbetungstexte. Dabei wurde Franziskus, der in seiner Jugend dem Ritterideal nachheiferte, in Liedform und Wortwahl vom Minnelied inspiriert. Daneben stellte Franz aus Bibelzitaten ein Offizium für das Stundengebet seiner Brüder zusammen, bei dem er in freier Assoziation quasi aus den Propheten und dem Psalmen, aber auch aus dem Neuen Testament kombinierte. Neben den Lobgesängen und Gebeten sind von ihm auch Briefe erhalten, einige davon jedoch nur als Entwurf oder Diktat. Das einzige erhaltene Autograf stellt das Schriftstück für Bruder Leo dar, das im Sacro Convento in Assisi aufbewahrt wird. Es enthält auf der Vorderseite den Segen für Bruder Leo und auf der Rückseite Notizen des Bruders zur Entstehung dieses Schriftstücks. Bruder Leo bewahrte dieses Pergament der Überlieferung nach Zeit seines Lebens eingenäht in seinen Habit. Die verschiedenen aufeinanderfolgenden Regeltexte stellte Franziskus mit großer Wahrscheinlichkeit allein zusammen. Neben der verlorengegangenen Ohrregel verfasste er 1221 die ausführlichere nicht-bulierte Regel und etwas später die 1223 erprobierte-bulierte Regel. Außerdem schrieb er spezielle Anweisungen für die Einsiedeleien nieder sowie weitere Mahnungen und Richtlinien für die Brüder und auch für die Schwestern der heiligen Clara von Assisi. In seinem Geistlichen Testament, das im Frühjahr 1226 in Siena entstand, versuchte Franziskus, seinen Brüdern nochmals den ursprünglichen evangelischen Geist in Erinnerung zu rufen. Es sollte nach seinem Willen bei allen zukünftigen Ordensversammlungen neben der Ordensregel verlesen werden. Papst Gregor IX. sprach ihm indessen 1232 Jahre nach der Heiligsprechung mit der Bulle Quo Elongazi jede Rechtsverbindlichkeit für den Orden ab. Kai Tanessa hat in intensiven Studien vor allem in den 1960er und 1970er Jahren die echten Schriften des Franz von Assisi von den ihm nur zugeschriebenen Unterschieden. In der folgenden Liste sind die von der Forschung mittlerweile anerkannten echten Schriften mit dem Titel, den es er ihnen gab, aufgelistet.